wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge tbb drivelos big pack natürlich auch wieder mit dem modmacher höchstpersönlich dem drivelos modpack ersteller natürlich auch wieder mit dem dosh und mit dem crazy hallo hallo crazy the turtle ich hab gedacht ich werde modpack entwickler ich hab gedacht ich werde modpack entwickler ich hab jetzt noch ein bisschen was vor und zwar eine energie energie zelle energie eine hier so was um die cup herzustellen genau wird eigentlich gleich mal anfangen hier so ein kultiviert wo und die ultime noch nicht also nicht mehr wie vorstelle die guter mom er ist noch ein metallurgic infusor würde ich sagen wollen wir wollen ja hier drei und so und dann siehst du das rezept ja also das war das was also mit der kühle bestellung kennen christian und ich schon sehr gut aus ne ja ok ich glaube nicht also er kommt dass du das nicht verstehst das kann ich mir das eigentlich vorstellen was hast du erwartet ja jetzt werden das kennen nur eingeweihtet so viel nicht da war klaus ja noch gar nicht dabei was mit was denn doch doch da war der mal nicht schon dabei nein 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 da waren so typen wie debitor und meine wenigkeit und sitzt und nee ich meine das hatte da war schon ein bisschen angefangen also da ich bin da war dabei er angefangen aber er war nicht dabei was eigentlich aus dem ding geworden gibt es das noch es ist jetzt ein bucket plage ich hab's umgeschrieben jetzt was für bucket krass das auch veröffentlicht nee das ist noch auf meinem pc ja dann müssen wir da mal drüber reden dann müssen wir mal ein paar leute mobilisieren und dann machen wir mal hier eine klasse runde pvp und es gibt auch ich dachte du wolltest nie pvp machen du das ding hat richtig bock gemacht ja das ist echt genial und das gibt es auch noch als minecraft vanilla version als mit command blöcken und wenn du dieses teil was er da gebaut hat siehst hinter den kulissen sagst du WTF du spinnst dann verstehst du den Namen turtle auch besser ah ok gut passt ach da kann man die auch reinstecken das ist auch nicht schlecht so diamant äh diamantos brauche ich nochmal zwei stück kommen wir erstmal da rein so und ähm was wollte ich jetzt achso ja genau äh creative nicht ultimate ich weiß noch nicht nein da brauche ich komprister bis hier dann nee brauchen wir erstmal ein ultimate nee einen elite so rum ah reinforced alloy ok wird aus enriched alloy hergestellt auch bei vier stück halt da kiste hier sind halt drei von den sterling generators angefeuert mit der coco ja gut blöcke jeweils noch ok da noch drin ok das noch so nochmal ein bisschen kohle minern weil wir brauchen ja viel viel mehr von ähm äh kraosotöl weil dann könnten wir auch mal eine windmühle bauen eine windmühle ja die ist zwar ziemlich useless von der rf ausbeute aber äh die sieht toll aus stimmt ja ok nein ich wollte das nicht holen ja kannst du denn ja auch gerne zusammenbauen ja gerne irgendwie so elite 40 oh nein 40 crafting schritte oder so ja hier gibt es halt mal so eine special folge eine stunde können wir gleich im anschluss noch machen ja gerne wie gesagt ich brauche nur kohle kohle blöcke kohle kohle hier passt auch schon so gold haben wir hier was brauchen wir denn noch bauen hier die energy tablets brauchen wir noch redstone das ist da gleich mal zwei mit und 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 hier und iron noch mal iron bisschen ausmium ähm der stahl hin ach bloß ihr habt jetzt den ganzen stahl aufgebraucht ich habe keinen stahl verwendet mit allen nicht schuld ich höre mich aus eurem lager raus warte mir welchen warte mir welchen stahl ist weg hä oder bin ich jetzt einfach nur blind also vorhin hatte ich noch welchen gesehen ach warte mal ich glaube das ist das zeichen für ich bin blind ne ne da nicht im lager ich da bin auf die andere seite gepackt gut möglich ja mal gucken ach guck mal da stahl sowas ja du bist blind oder hä bist du blind ja ein bisschen ja ok ich brauche echt eine neue brille ja das kommt beim alter genau mhm danke du gehst jetzt ja auch schon stramm auf die 40 zu ja ja ganz ganz stramm ja so warte mal wie viel braucht man denn von diesen blöden tablets eins zwei drei sechs stück so bei mir zählen gelernt oder was eins zwei drei sechs stück ja ich schaue ja auch deine let's plays ne ich finde irgendwie gerade obwohl ich nicht an der der dingens gedreht habe äh an der erzgenerierung außer mit dem gold ganz schön viel was an erz ne oh das meinst du nur ne ne das ist jetzt das erste mal richtig auffällig zack zack das ist mir vorher noch nie so aufgefallen zack ne ne warum nicht ne darum nicht ne ne die ne 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 Ja, sicher ist sicher. Nein, ich will dich nicht töten oder so. Es geht um ein neues Projekt, was ich dann nach Frankreich machen wollte. Nach Frankreich? Sag mal, du tingelst auch bloß nur in der Weltgeschichte rum, oder? Ja, so wie Trivolus letztens gesagt hat. Ich setz mich jetzt im Ausland ab. Ja, vagabund halt. Ja. Nee, das... Heckenpenner oder so. Heckenpisser, keine Ahnung. Wie heißen die denn? Doch vagabunden. Nee, das ist nach so einer... Wenn ich so kurz erzählen darf. Nein. Okay. Natürlich darfst du. Nein, nein, nein. Na gut, dann eben nicht. Ja, auf jeden Fall. Der Französik-Kurz von unserer Schule hat nicht genug Mitglieder, die dann für eine Fahrt organisiert bekommen würden. Also angegeben sind 30 und es fehlen genau die aus unserer Klasse, die kein Französisch haben. Und die wurden dann einfach auch noch gefragt. Ja, das heißt, ich fahre jetzt einfach nur in der Woche nach Frankreich. Oh ja, oh Gott. Ist so, ist so schön. Oh Mann, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Kannst du dich als schön kapitalistisch Schweinehund bezeichnen lassen. Och, da soll ich schon noch genug auf Terrier fahren. So, das ist jetzt... Hä? Ist die Terrier-Ferrier-Jahne auch so, oder was? Können wir mal pennen gehen? Okay. Doch. In der Mine. Ah, dann lock halt mal kurz aus. Nein. Muss was ausprobieren. Ich bin im Stream, ich kann nicht ausloggen. Oh, warum nicht? Also ich bin im Bett. Verherzt. Ja, danke. Muss ich mich gerade mal hier was testen. Lädt es sich jetzt auf, oder nicht? Können wir doch auf. Warte mal, der Cube, der hatte doch bloß einen Eingang, ne? Ne, Quatsch, einen Ausgang. Ach, mach mich nicht. Ich hab den so selten benutzt. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Thermal Expansion wieder, oder beziehungsweise Thermal Foundation dabei ist. Versuchen wir mal, da wird im Moment nichts gebraucht. Eins, zwei, drei. Mit Chance war es das für mich mit dem Stream. Weißt du warum? Weil die Mojang-Hashtag-Mojang-Ampel schlägt wieder zu. Oh nein. Das ist nicht, das ist nicht, äh, die sind nicht down. Das ist nur ein Anzeigefehler. Mhm. Deswegen hat er mir eben auch gezeigt, dass der Audacity Gather Server fertig ist, oder? Aber, ich hab's zweimal versucht, dann ging's. Und, ist es wieder ruhig geworden? Ja, so ein bisschen. Ja. Ja. Ja, der ist timed out. Der ist timed out. Ja, super. Ja, tschau. Schau dir das mal hier für den Stream in den Donation Tracker rein. Das ist die Mojang-Ampel. So, das mal rein, das mal rein. Da kann man das gerade sehen. Ach, hier die X-Pack-Seite da. Oder wie die heißt. Ja, ja. Jo. Der wollte aber mal ein Repair. Jo, und da geht's los, log in, quite slow. Passion, time out. So, hier, da noch mal Glück. So, aus. Na, na, da war es in einer Arbeitskriege von mir, da hat sich jetzt die Pocket-Version fürs Handy gekauft. ja hab ich gesagt und ja ist eigentlich ganz lustig und was für features hast du ja der kann doch nicht mal irgendwie ein shift rechtsklick machen oder sowas ist der hammer ist der hammer dafür auch noch geld ausgeben das gleiche ist jetzt in der windows 10 version drin ja das soll wohl alles von der pocket version stammt ja ja klar ist eigentlich die pocket version hier ist bei windows 10 ist aber auch noch mein kopf dabei gratis oder was er ja als normaler minecraft spieler kannst du es dir gratis holen aber du bist drin generell künftig einblenden immer so diese vier dinger da womit machen wir jetzt weiter ich würde sagen teleporter reporter teleporter we find iron alle brauchen wir noch aus wie im kompressor warum wir den auch noch so ein problem ist mir um kompressor wo ist er hier weiß ich nicht mal eine fixe energieversorgung und er fängt hier schon an mit teleportation aber raten ja ein teleporter braucht ja nicht viel teleporter braucht man auch eigentlich gar nicht warum nicht wundert mich sowieso dass er drin ist warum soll er nicht drin sein aber gerade solche dinge schmeiße ich für gewöhnlich raus wundert mich gerade nur okay also ich schmeiße ihn jetzt nicht raus ich lasse ihn jetzt so drin mich hat es nur gewundert dann habe ich den denn ist er echt an mir vorbeigeflogen na dann hast du ja glück gehabt ja danke ja bitte ach du vier davon dann wir vergessen die casing brauche ich noch und ich glaube noch zwei eimer hör mal nur habe ich vergessen ich sag ja dann kommen wir weiter war nicht so mit dem chat los oder seid ihr schon ich glaube das ist eingeschlafen da erde schildkröten eingeschlafen klar doch eingeschlafen letzte mal wurde um 23 39 was geschrieben das ist schon fast eine stunde her die hören mir die ganze zeit zu und das ist ein bisschen einschläfernd scheinlich ja ich hätte heute auch so überlegt ich wollte mich so ein bisschen nach der schule hinlegen ob ich dein let's play so ein bisschen geschlafen ich habe was anderes geguckt dahin jetzt brauche ich noch mal ein kabel toll also man merkt jetzt hin dass die surfer down sind von mojang wenn das nicht auf einmal kann ich items nicht mehr aufheben was das hat eigentlich nichts mit den server und das ist eigentlich dein client ja würde ich auch sagen sehr stabil ich habe echt keine probleme also da solltest du vielleicht mal dein client neu installieren oder so 8 dann nach da so steelcasing ich muss immer wieder sagen für nitrado server läuft diese klitsche hier was rein 100 prozent ja das ist genial oh klatt ist wach ein bisschen chat aktivität schreibt er gerade so warte mal wo ist der da ist der crusher ist der crusher warum warum ach das geht ach so ah mhm schön Ah, klar, du spielt nebenbei. Wie spielt denn der nebenbei? In Pokémon oder so. Achso. Fuck it, man. Pokémon! Vielleicht hat er nach dem Namen Flimflam drauf bekommen. Äh, Lust drauf bekommen. Vielleicht hat er sich jetzt auch ein wildes Flimflam gefangen. Das ist graus. Oh, der Kabelfinder ist da. Der Kabelfinder. Och, ne, oder? Doch. Ah, jetzt geht's, okay. Ach, je. Warum kann ich eigentlich bei Mechanismen kein Feind-Obs-Oder-Pulver-Pulverisiertes Obsidian herstellen? Das ist eine berechtigte Frage, die ich dir so jetzt nicht beantworten kann. Ach, das ist, ah, ja, ich weiß schon, warum. Das war doch mit den Barren, die müssen wir jetzt für WeFind machen, oder? Nein. Dann eben nicht. Du darfst nicht an den Crusher gehen, du musst an die Enrichment Chamber gehen. Ah. Hab ich doch gesagt. Er hat seinen Panflam Flimflam genannt. Der ist verrückt, der Typ. Panflam Flimflam? Aber keine Ahnung, ich kenn mich da nicht aus in Pokémon. Ja, das ist so ein kleiner Feuerschimpanse. Feuerschimpanse, ja, okay. So, wie bleiben wir da noch drin? 160, das wird ein bisschen knapp. Ich brauche noch ein paar Diamanten. Diamantentanten? Diamantentanten. So, na, in's will. Hehehe. So, na, in's will. Der Kohle. Hier war ich schon. Hier war ich schon, da war nix los. Da oben überall. Warte mal. Dings war ich ja noch. Dings? Oder Bons? Ne, Dings. Wie geht'n da jetzt ab? Äh, es ist mir um. Sag mal, Christian, wenn du die ganze Zeit am Minern bist, dann hast du bestimmt auch ein paar Erze, oder? Wie, bist du nicht? Momentan nicht. Och. Weißt du, die ganze Zeit ist er da Löcher am Ausheben. Ne, oder Krater, kann man schon sagen. Krater, ja. Und jetzt nicht mehr. Ja, Krater. Ach komm, weg. Äh, ich kümmere mich darum, dass wir unendlich Emeralds haben. Du was? Ich hab' gesagt. Na, was brauch'n'Emeralds? Gucken. Amy, Rals. Nicht wirklich, was was? Ach, verdammt. MRH, Rals. Uthills. Boah, Emerald-Chipsets. PC Silicon. Vibrant Crystal. N.I.O. Dann... Origin 1. Aufm Buch. Ja, gut. Für'n Soulbinder brauchst du ein paar. Liquified Emerald. Magmatic Floor. Wo habt ihr denn jetzt das... Shiny-Ohr und das Ferus gelassen? Weil das geht ja nicht durch die Mechanism-Schiene. Äh, ich glaub' das hab' ich... Ja, genau. Pack's mal... Ne, unten muss ich's direkt reinpacken. Die Kiste ist bloß für Ausgabe. Ach so. Ja. Weil da brauchst du extra nochmal ein Upgrade, damit der die auch rausdrückt. Ja, also warum fragst du denn dann? Ey, so ein Typ. Weil ich es kann. Mhm. Merk schon. Warum kann er's? Weil. Einfach nur weil. Okay. Also der schnellste ist der Ofen auf jeden Fall nicht. Welcher? Mal hier, der... Der da. Der da. Kresot-Cook-Ofen. Ach so, ja. Ja. Kannst du denn irgendwie noch pimpen oder sowas? Nö, ist mir nicht bekannt. Okay. Ups. Ist mir wirklich nicht bekannt, ob man den auch pimpen könnte oder so. Äh, ich meine nicht. Ich will mich mal mit dem Buch, vielleicht mit dem deutschen Client mal komplett auseinandersetzen. Ja. Weil du kriegst ja auch bei YouTube und Co. kriegst du ja auch nicht so viel jetzt über den Mod. Also ein bisschen mehr wäre schon nicht verkehrt. Aber im Moment gibt's halt relativ wenig Dokumentation. Der Kahnemann ist da. Juh denn da. Juh denn da. Ach, servus, Kahnemann. Servus. Servus. So, da haben wir das schon mal. Okay. Du bist eigentlich auch für ein Mechanism? Ja, bist du. Okay, gut. Dann kann ich dich ja auch da reinpacken. So, die acht Braten, da hat's noch durch. Die Braten noch durch. Und dann können wir mal schon mal gucken, ob wir noch irgendwie was anderes brauchen. Äh, Mechanism. Ja, okay, gut. Also wenn du sagst, äh, dass du den hättest eigentlich ausschalten wollen, den Teleporter, dann werd ich ihn auch nicht bauen. Nee, du kannst ihn ruhig bauen. Das ist kein Thema. Wenn, wenn der, wenn mir der durch die Lappen gegangen ist, ja, dann ist das halt so. Das ist gar kein Problem. Ja, was geht bei euch? Wir nehmen gerade für YouTube auf. Ja, auch. Ja. Und ich streame halt, wie immer. Ich bin nur drin, oh je. Warte mal, was brauche ich dafür jetzt? Ähm, A2, bleh. Das war's, toll. Boah, ich schluss für den ganzen Schuchterring brauche ich nix. Okay, dann brauche ich nur zwei. Das ist okay. Ah, wir könnten jetzt nicht ne, genau, Obsidianrüstung bauen. Das wär natürlich auch geil. Ja, sowas kommt bei mir später. Bitte? Sowas kommt bei mir später, die ganzen Rüstungen. Okay. Ja, ich hab mich mal angedruckt, ich will hier ein kleines Bosseum aufbauen. Ja, das ist gut, das ist gut. Nicht dabei. Ja, komm, dann mach ich nochmal vier. Dann haben wir nämlich das Diamant auch aufgebraucht. Das Diamant, ja. Ach, habt ihr dann keine Diamanten mehr, oder was? Nee, ich hab Diamanten in Metallurgic Infuser drin. Ja, okay. Und die möchte ich ungern... Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Warum regnet es jetzt? Na, lass mal pennen gehen. Lass mal nach drüberspringen. Servers sind gerade alle online. Razer left the game. Was hast du denn jetzt geschafft? Ey, ich bin jetzt zu Hause. Hä? Ich bin jetzt zu Hause, wie soll ich geschlafen gehen? Nimm dir doch mal ein Bett mit. Hab ich gar kein Flipping-Bag hier drin? Nee, hast du nicht. Ja, sowas, ne? Kannst du hier drauf? Dann kannst du wieder reinkommen. Da waren doch gerade alle da. Da ist er wieder. Hier, kannst du ja mal so'n... ...so'n... ...dings craften hier. Komm her, hier. Cool, ich bin doch nicht tot. Noch nicht. Was willst denn du jetzt? Letztes Mal, ähm... ...quill footcraften. Wie mach ich das? Acht außenrum. Und preser in der Mitte. Das, das, das und das. So, schön. Ja, und dann kriegst du halt dieses behandelte Holz. Ja. Ich glaub, da heißt das auch im deutschen Kleinen. Behandeltes Holz. Ich müsste jetzt noch ein bisschen Oakwood haben. Das braucht ich noch. Ach so, okay. Yep. Jo, passt. Geh nicht richtig. Au, der kriegt keine Energie mehr. Warum läuft da jetzt nur so ein Ofen? Ach du Scheiße. Die sind alle leer. Eins, zwei, drei. Ja, der braucht hier noch einen kleinen Moment, bis er wieder einen klar hat. Ja, ich knall da jetzt Kohle rein. Ja. Ah. Jetzt läuft er wieder. Du wißt ja, auf welchem Ort ich eigentlich mal richtig los hatte, zu arbeiten. Ach, okay. Und dann... Atomic Alloy, we find off C, die anders. Ja, warte mal. Da kann man doch bestimmt noch... Also ich hab ja wirklich in letzter Zeit richtig Bock mit Rotarycraft zu arbeiten. Ja, das steht uns auch noch bevor, ne? Ja. Ach, jetzt ist es bei Space Astronomy. Viel Spaß. Oh, warte, Gott, passt. Also ich hab ja damals wirklich noch ein bisschen was hier bei Techworld gearbeitet, aber... War echt nicht passiert. Ja, und dann können wir ja mal so behalten. So, dann haben wir die... Brauchen wir noch einen Diamanten, ein bisschen Lapis und ein bisschen Gold. Oh, ob das mit Gold klappt, ich weiß nicht. Und eng werden. Und ein bisschen. Oh. Ah, wird knapp, aber wir haben noch ein bisschen. So gerade so, ne? Davon zwei, dann ein bisschen Lapis, vier Stück. So, den jetzt in die Mitte. Den dahin. Ach so, ach. Wenn man die Hälfte vergisst, dann kann man... So, komm mal her. So, zack. Dann nochmal. Genau. Warum hab ich jetzt vier davon gemacht? Ja gut, ist egal. Den. Habt ihr eigentlich noch ein bisschen Endesite über? Den, 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 den. Endesite? Jo. Ja, guck doch mal. Lager müsste noch ein bisschen was sein. Könnte ich noch ein bisschen was hier brauchen. Aber Diorit. Andesit, ja, sind fast noch vier Stacks da. Ja. Ja, die kann ich mir dann. Ja, mach das mal. Also, ich bin mal so frei und bereite, dass die Windmühle denn für dich schon mal vor, ne? Ja, mach ruhig, mach ruhig. Weil, das ist ja ganz schön knackig, Alter. Wir treffen wieder bei 26 Minuten, ne? Ja, ich weiß. Ja, ganz gut. Ja, ich weiß. 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 Kann ich lesen. Mobiltelefon. Okay. Bistin hingekommen. Bin hingefallen. Ja. Klassiker. Ja, auf jeden Fall. So, wir haben den ersten Teleporter-Kern. Teleporter-Kern-Hype. Ja, genau. Was mir glücklich ist, dass ich noch keinen Hype eingebaut habe. Das soll mir jetzt die Ohren wahrscheinlich wegfliegen. So, eine davon brauche ich. Au. Erstes Mal. Wo ist denn der Aushilfs-Marvin und der Porno-Pokémon-Hansi? Der Porno-Hansi, der hat sich schon hingelegt. Porno-Hansi? Ja, Porno-Hansi würde auch gehen. Quatsch, falsche Kiste. Also der Porno-Hansi hat sich schon mal hingelegt. Der muss morgen wieder arbeiten. Der hat letzte Nacht irgendwie nur zwei Stunden geschlafen. Und unser Aushilfs-Marvin, der muss, glaube ich, auch wieder arbeiten. Ist auch wieder Bundesliga so langsam. So, wir hatten schon mal den ersten Teleporter. Fertig. Also jedenfalls mal die Teile. Das werde ich jetzt aber nochmal craften müssen. Na gut, das mache ich später. Aber wir versuchen ja, unseren Aushilfs-Marvin immer noch zu überreden, dass er jetzt wieder Minecraft spielt. Ich habe ihm ja auch gesagt, ich baue dir ein Mod-Pack. Du baust ihm ein Mod-Pack. Ja, um das Ganze vielleicht wieder ein bisschen interessanter zu gestalten. Dann gibt es wahrscheinlich erstmal 175 Folgen. Wie bei euch ein Spitzacker. Wir machen es weiter mit Agri-Craft, Pflanzen. Vielleicht Dübeln. Ja, genau. Genau, das wäre es ja. Bugemon Hansi soll sich mal nicht so anstellen. Der hat jetzt ja ein Praktikum und so ein Kram, alles. Guten Tag. Guten Tag. Und tschüss. Hallo. So, ich brauche nochmal Stahl und dann... Ja, genau, die... Aber komm, den zweiten Teleporter, den baue ich jetzt noch fertig. Also jedenfalls mal die Inkredenzien... Scheiße. Was denn? Nix. Er hat sich angeschlichen und hat gedacht, ich sehe das nicht. Kurz mal aufs Schwert gewechselt. Pax. Lass mal ein paar, Digga. Junge. Ja. Du kriegst dann alles wieder. Also ich denke mal, die Windmühle kannst du tatsächlich bauen. Meinst du, ich krieg das hin? Ja, ich denke. So, gut. Wir hatten schon mal die zwei Teleporter soweit fertig von den Zutaten. Zutaten ist geil, gell? Ja. Integrenzieren, würde ich fast behaupten. Mhm. Pack ich jetzt aber erstmal da rein. Die bauen wir dann vielleicht jetzt nix mehr auf. Mal schauen. Und ja, gut. Dann... Erstmal hier, ne? So. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.